Musik Am Mittwoch, den 1. Dezember, fand eine Demonstration gegen die Maskenpflicht an den Zürcher Schulen statt. Nach den Weihnachtsferien müssen auch Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Primarschulklassen Masken tragen. Zurzeit geht diese Pflicht ab der 4. Klasse. Die Maßnahmen sind gemäß einer Mitteilung des Zürcher Regierungsrates vom Donnerstag bis zum 24. Januar 2022 befristet. Liebe Freunde von Wissensgeist, ab hier beginnt die Zensur. Das Video kann leider nicht auf YouTube in seiner Vollständigkeit gezeigt werden. Es würde gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstoßen und umgehend gelöscht werden. Das Video von der Demonstration gegen die Maskenpflicht an den Zürcher Schulen findet ihr auf LowKids. Den Link von LowKids findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich bitte euch, Wissensgeist auf LowKids zu abonnieren, da ich euch sonst mit meinen Meldungen nicht erreichen kann. Bitte unterstützt Wissensgeist auf LowKids oder sogar als Supporter. Ein Supporter zahlt 15 US-Dollar auf LowKids monatlich. Diese Unterstützung ermöglicht es mir, weiterhin unabhängigen Journalismus zu betreiben. Herzlichen Dank für eure Treue und Unterstützung. Nicole Hammer von Wissensgeist Das Video von Wissensgeist